Ja, ich denke, ich werde erstmal eine Reise ins eigene Ich unternehmen. Ich habe eine längere Reise nach Indien geplant, habe da einen Guru ausfindig gemacht, der mich, glaube ich, auf meinem weiteren Lebensweg noch ein Stück weiterbringen kann und ich ihn. Ich glaube, auch da wird sicherlich ein reger Austausch stattfinden und dann mal weitersehen. Ich erhoffe mir neue Impulse, neue Eindrücke, Menschen, Freunde, Spielgefährten.